moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal endlich ist es soweit der cls wird foliert ich werde euch auch gleich die farbe einmal zeigen wir sind hier bei der east side garage das hier ist deren vorzeige auto sehr krass foliert das müsste ein c63 sein das sieht schon mal sehr geil aus wir sind hier frisch umgezogen east side garage könnte man jetzt denken im osten von hamburg wir sind hier in wedel leider ist deren alte halle abgebrannt und deswegen mussten sie jetzt hier zwangsläufig hinziehen leider sehr schade aber dennoch haben sie sich das hier schon sehr schön eingerichtet jetzt werden wir mal reingehen und das auto der cls ist schon aufgebockt so sieht das hier aus bei den jungs da steht er schon so das ist der niklas der bockt das auto schon mal auf der stefan ist da was macht ihr hier gerade werbe folierung oder wir zerlegen gerade den talento der kriegt eine folge folierung mit beschriftung ja und ja muss ein bisschen was runter bei weißen autos ist immer mit spaltmaß und so genau ich habe eben schon gesagt dass eure alte halle ja irgendwie abgebrannt ist oder so war nicht eure schuld also und jetzt seid ihr jetzt erstmal zwangsläufig für ein jahr war das ein jahr umgezogen und aber sieht ja auch gut aus hier also okay war vorher größer oder okay na das ist ja schon mal ein upgrade alles klar niklas so was wird als nächstes gemacht so wir wollen das auto aufbocken luftfahrwerk müssen wir mal einstellen oder können wir den so eben also ich habe den immer so gut dann wahrscheinlich jetzt wieder in den kommentaren das luftfahrwerk geht schrott und so natürlich also was wird im einzelnen alles gemacht türgriff hast du gesagt entfernen wir die spiegel gehen raus zum lackierer genau das augen gitter genau das wird auch schwarz gemacht die leute die leute wollen ja die folie sehen sie wollen die folie sehen oh man der schöne cls bekommt also die ganz aufmerksam können schon mal unterschreiben welches auto noch in dieser folie foliert wurde bin ich mal spannend ja das sind jetzt 20 laufmeter ich hoffe es reicht das wird auf jeden fall reichen und dach werden wir schwarz machen sowie auch eben erwähnt das gitter wird auch schwarz und ja als nächstes alles auseinanderbauen das ist das auto auseinandergebaut richtig genau so kemal ist jetzt schon hier am abbauen du musst jetzt mal ein bisschen was sagen ich bin hier für die fahrzeug demontage zu zuständig sowie für die designs und dazu gehört auch so was jetzt zum beispiel so eine kleine abschleppöse der ein oder andere folie würde da einfach überkleben ausschneiden fertig also es gibt welche die machen ich finde man baut aus ist kurz fünf minuten arbeit dann spart man sich hat man sauberes ergeben ja auf jeden fall gerade bei dem kontrast weil wir jetzt eine relativ dunkle farbe haben hier ist jetzt noch mal black rosé oder so und ein helles auto das heißt da muss man schon wirklich abgeben in die kanten rein folieren und damit die silberne farbe nicht durch scheint und was kommt jetzt noch alles ab durch leuchten genau für griffe haben wir schon gesagt heck stoß stange auch die sowieso heck stoß stange müssten wir gleich sprechen mich an meinem kollegen ab wie er empfindet ja meistens bleibt dran ja dies auch ein bisschen komplex hier bei dem amg modell die schriftzüge die die wollte ich sowieso ab lassen erst mal genau die lassen wir und was ich noch habe jetzt einmal hier in die unordnung füllen das ist doch schick da machen wir gleich eine schöne schablone dass wir sie auch wieder an die stellen genau das darf man auch nicht vergessen auseinanderbau ist jetzt vielleicht nicht für euch das spannendste deswegen stelle ich euch auf die seite dann könnt ihr es trotzdem mitverfolgen m ja 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 Untertitelung. BR 2018 So, viele fragen sich sicherlich, warum oder wie macht man das überhaupt hier? Genau, dafür nehmen wir Angelsäne. Das geht hier ganz schnell hier. Manchmal reißt sie, dann muss man ein paar Malstab machen. Hier ist gerade der Fokus auf, dass sie nicht wieder rankommen. Genau, ich glaube, die Leute denken sich schon so, oh nein, jetzt macht er die ohne zu markieren, wo sie hingehören, einfach ab. Nee, nee, die kommen erst mal nicht wieder rauf, die bleiben erst mal weg. Ja, gut, deine Arbeit ist jetzt beendet. Genau, ich bin fertig, Auto ist zerlegt, foliebereit. Ging eigentlich schneller als gedacht, das war jetzt euer erster 219er. Man hat ja immer so, man sammelt ja immer Erfahrung bei Autos, dann geht es immer schneller. Und ja, TLS ist jetzt für mich kein Thema mehr. Niklas ist jetzt am Vorbauern. Genau, das ist der nächste Schritt hier. Einmal Lack reinigen, grob und einmal mit Folienreiniger. Ja, alle Reste, die Seiten, die man entfetten und dann können wir morgen entfetten. Das ist wahrscheinlich ganz wichtig, das Entfetten, dass der Kleber auch hält. Sieht alles ziemlich wild aus, hier ist auf jeden Fall schon mal was gebrochen. Ich überlege jetzt die auch noch im Zuge der Polierung schwarz von innen zu machen. Ja, das wäre auf jeden Fall, also das sieht dann bestimmt nochmal ganz anders aus, die Front. Zweiter Tag hier beim Folieren bei der Eastside Garage. Niklas wird mir jetzt mal zeigen, wie man richtig poliert. Ein bisschen meine ich das ja auch zu können, jedenfalls etwas. Aber ich glaube, es gibt einige... Wir werden immer dazulernen. Also ihr müsst sicherlich auch nicht alle Tricks und Kniffe zeigen, die ihr so wisst. Ein bisschen Betriebsgeheimnisse gehören natürlich auch dazu, aber die groben Sachen wirst du mir sicherlich erklären können. Richtig, genau. Und womit fangen wir an mit der Tür? Wir fangen mit den Türen an, genau. Du hast schon alles gestern zugeschnitten. Ich habe gestern schon alles einmal zugeschnitten, erleichtert vieles. Ich habe jetzt gerade einmal das Auto grob übergereinigt, nochmal staubfrei gemacht. Genau, das ist so der Stand, den wir jetzt gestern hinbekommen haben. Alles auseinandergebaut, vorbereitet. Wichtig ist immer, wenn man doppelte Tür macht, zu zweit auflegen. Wenn man das alleine macht, kann man natürlich mal einen zur Hilfe nehmen. Deswegen ist Stefan da. Oh, schön. Wichtig ist immer, viel Spannung drauflegen, sodass wir faltenfrei die Türen auflegen. Okay. Hast du genug? Ja. Das sieht halt so einfach aus, ne? Okay. Jo, fertig. Also ich persönlich fange immer oben an, suche mir die erste Kante und rakel dann einmal von links nach rechts. Das, was am weitesten raussteht, sozusagen? Genau, genau. Ja. Einmal die weiteste Kante, so. So hätte ich jetzt auch angefangen. Genau. Dann suche ich mir erstmal die oberste Kante, ich persönlich, weil oben immer Staub unterkommen kann. Okay. Sprich, oben einmal dafür sorgen, dass die Folie sauber abschließt. Dass da nichts mehr ranken kann. Genau, so können wir nicht mehr davon ausgehen, dass Staub unterkommt. Wir sagen immer, mit drei Kilo drückt man. Ja. So vermeidet man, dass Luft unter die Folie kommt, ne? Okay. Und dann immer Stück für Stück wirklich im 40-Grad-Winkel den Rakel halten. Ja. Und lang rakel. Oberflächlichen Kratzer, wie ihr das jetzt vielleicht sehen könnt, weiß ich nicht. Genau. Sind mit dem Fölen ganz einfach zu beseitigen. Ja. Das wusste ich auch nicht. Also dass man da einfach hier Hitze drauf macht. Einmal Hitze und dann ist es weg, ne? Muss ja eh nochmal dann so getempert werden, oder? Richtig, genau. Jetzt wird zum Schluss einmal noch getempert. Jetzt oben, um sauber zur Chromleiste abzuschließen, benutze ich die spitze Seite des Rakels. Ja. Die ist hier mit Teflonband, sprich es rutscht. Mhm. Und so komme ich ganz sauber unter die Chromleiste unter. Man kann natürlich abbauen, was man bei so alten Autos aber auch vermeiden kann. Und dass halt Teile nicht kaputt gehen, ne? Oder zerbiegen, genau. Ja, verbogen. Ja, sieht ja jetzt schon geil aus. Wieder Spannung draufbringen. Mhm, das ist immer ganz wichtig, ne? Genau, ganz wichtig, damit man die Falten bildet hat. Dass man keine Falten hat. Hier sind noch so ein paar, aber das ist, denke ich, mal nicht schlimm dann. Ja, man muss sich halt Zeit lassen, ne? Man muss ein bisschen Geduld haben, mit der Folie arbeiten. Immer beobachten, wie die Folie sich legt. Mhm. Jetzt haben wir einmal alles angewackelt. Jetzt fangen wir an, uns die Konturen einmal warm zu machen und sozusagen mit dem Finger einmal nachzuteilen, dass wir sehen, wo wir sind. Nicht zu viel Hitze, schön mit Abstand. So 3M lässt sich gut verarbeiten? 3M lässt sich grundsätzlich sehr gut zu verarbeiten. Ich persönlich bin Fan von Avery, aber 3M hat, wie jede Folie, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Klebelinien, habe ich mal gesagt. Klebelinien entstehen sehr schnell und eventuell noch kleine Lufteinschlüsse. Okay. Was überhaupt kein Problem ist, wenn man nämlich einmal warm rüber geht, sieht man, wo Luft ist und dann kann man das nochmal langsam wegrakeln. Ja. Das Schneiden war immer das, was mich am meisten nervt gekostet hat. Ja, das ist die Sache wirklich am meisten Übung. Ja, du kannst halt echt alles wieder kaputt machen. Richtig. Du kannst alles fertig haben und im Endeffekt musst du dann doch wieder alles neu machen. Und deswegen immer vorher, ich sag mal, dreimal überlegen, wo man schneidet und wie man schneidet. Genau wie hier, hier haben wir noch eine kleine Säcke, die Silber ist. Sprich, ich schneide einmal die Krummleiste hoch und somit sieht man da später auch kein Silber mehr durch. Ja. Ich würde sagen, ich gucke mir jetzt ein paar Sachen ab vom Niklas und versuche vielleicht gleich auch mal eine Tür. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Hoffentlich mache ich keine Patzer und verschneide mich nicht. Und den Rest sieben. Du machst ihn weiter. Ja. Ja. Ich glaube, ich werde mal zwei Stunden für eine Tür brauchen. Aber egal. Ich werde auch ein bisschen Hand anlegen. Hoffentlich die anderen nicht allzu sehr bremsen. Die Scheinwerfer habe ich auseinander gebaut. Den Ausbau habe ich leider nicht gefilmt. Eigentlich untypisch für mich. Hier muss man einfach nur mit einem Heißluftfön den Scheinwerfer hier an den Kanten warm machen. Dann löst sich der Kleber. Einige Kandidaten packen die auch in den Ofen und dann werden die Inlays hier, die sind gerade beim Lackierer dann schwarz gemacht. Gerade weil das Konzept des Autos jetzt farbig und schwarz wird und da passen silberne Scheinwerfer einfach nicht rein. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es weiter in den Zeitraffer und ihr werdet das Auto gleich sehen, sobald es fertig ist. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, gut Leute. Es ist vollbracht. Das Auto ist fertig. Viele Stunden Arbeit. Ich hoffe, ich konnte den Jungs etwas helfen. Ihr wollt es jetzt sicherlich sehen. Ich zeige es euch jetzt einfach. Komm, mach. Was sagt ihr? Da ist es. Da ist es. Da ist es. Seid ihr zufrieden? Sehr zufrieden. Sehr, 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 sehr. Also ich bin auch mega zufrieden, auch mit meinen cool lackierten schwarzen Scheinwerfern hier. Mega. Aber nein. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Folie und das habt allein ihr gemacht. Ich habe vielleicht einen Kotflügel einmal ganz kurz gemacht und ein paar Kleinteile. Genau. Du hast dein bestes Gegeben. Genau. Ich hoffe, ich konnte da nicht was bei dir machen. Genau, der Kotflügel war das. Hier, das war mein Staubeinschluss. Also nicht eure Schuld. Alles gut. Und ja, also harmoniert halt mega geil mit den Felgen, schwarze Akzente. Die Spiegel wurden jetzt hier schwarz lackiert, die Chrom-Elemente wurden alle schwarz foliert, inklusive dem Dach, passend hier zum schwarzen Schiebedach. Ist auf jeden Fall sehr harmonisch. Ist geil, ne? Ja. Aber auch nicht zu prollig. Nö, also es ist sehr lezent, sieht aus wie vom Werk. Genau. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das zu prollig findet oder noch klassisch. Also ich finde, es ist so gerade auf der Gratwanderung zwischen den beiden. Wenn man jetzt noch natürlich die Scheiben tönt, die sind jetzt nach unten gefahren. Wenn man die noch tönt, dann wird es richtig assi. Böse. Oder was sagt ihr? Böse. Böse auf jeden Fall. Schon, ne? Einzig Jahre. Auch geil, wie tiefer ist, ne? Und das hier auch in schwarz aufgeklebt im richtigen Winkel. Richtig. Danke nochmal an das ganze Team hier von Eastside Garage. Immer wieder gerne. Wenn ihr selber irgendwie im Raum Hamburg ein Auto zu folieren habt, dann kommt gerne hierher. Auf jeden Fall. Super Arbeit. Ich konnte das alles mitverfolgen. Sonst irgendwelche Schwierigkeiten bei der Folie? Überhaupt nicht. Also das typische, was der 3M halt so zu geben hat, ne? Lufteinschlüsse und sehr kratzerempfindlich. Genau. Aber wenn man die Erfahrung hat, dann löst man das eigentlich ziemlich gut. Ja. War euer erster C219. Genau. Erster CLS. Und ich weiß jetzt auch, ich bin auf jeden Fall in der Ecke schlauer. Ja Leute, ihr kriegt jetzt gleich nochmal schön was auf die Augen. Und ich verabschiede mich damit aus dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.